Jetzt sehe ich nicht, Martin Cox sehe ich nicht, also Adam Malisch. Jetzt springen nicht alle der Vorqualifizierten. Adam 98,7, das ist auch zu wenig. Ja, wieso? Der geht doch gut. Was du noch hast? Tja, was ist denn? Tja, die Weite zählt am Ende und die war super für den Adam. Tja, das ist wahr. Ich hab's ja registriert. Ich hab's ja registriert. Also ist der Aufwind in diesem Moment doch ein bisschen gewachsen. Also es ist ein schöner Zug von vorn, wie man sagen würde. Oben macht es ein Meter pro Sekunde im Hang, dann zwei Meter und unten sogar fast zweieinhalb Meter. Also dann hat Harry Olli einfach nur Mist gebaut. Einen schlechten Sprung gehabt. So ist es und Adam Malisch ein richtig gut.